Die Evangelische Bank ist die größte Kirchenbank in Deutschland. Eine Kirchenbank? Was ist das eigentlich genau? Auf den ersten Blick unterscheiden sich Kirchenbanken kaum von anderen Banken. Sie vergeben Kredite, verwalten und vermehren das Geld ihrer Kunden und beraten sie in ihrer Finanzplanung. Die Evangelische Bank handelt dabei jedoch nach gewissen Grundsätzen. Es gibt viele Möglichkeiten, Geld gewinnbringend anzulegen, doch nicht immer ist das vereinbar mit christlichen Werten. Für uns sind sie allerdings das Maß, an dem wir uns orientieren. Ist etwas nicht gut für die Menschen, die Umwelt oder die Gesellschaft, unterstützen wir es nicht. Denn wichtiger als Gewinnmaximierung ist uns unsere Verantwortung für nachhaltiges und soziales Handeln. Außerdem sind wir ein Partner im Netzwerk von Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft und den Menschen, die diesen Institutionen nahestehen. Darauf haben wir uns spezialisiert. Hier liegt unser Know-how. Ein Beispiel. Ein Diakonisten-Krankenhaus ist seit langem ausgelastet und möchte sich vergrößern. Mehr Betten müssen her. Dafür muss ein Gebäudeanbau errichtet werden. Nun geht es an die Finanzierung. Wir, die Evangelische Bank, beraten das Krankenhaus, welche Finanzierung die beste für sie ist und vergeben, so sich das Projekt entträgt und nachhaltig ist, einen Kredit zu fairen Konditionen. Evangelische Bank. Uns verbinden Werte.